Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Planet Crafter hier auf meinem Kanal mit eurem Robby. Leute, ich krieg die Krise. Echt jetzt? Das ist... Ich... Ja, ich weiß nicht was sagen. Man muss das hier lassen. Und dann... Das wäre so cool gewesen. Ja, jo. Ich hab noch ne andere Idee. Ne, warte mal. Der blockiert ja die Bäume auch nicht. Hä? Das ist ja Blumenverteiler Stufe 2, oder? Ne, das ist ne Stufe 1. Aha. Dann machen wir doch noch kurz was für die Umwelt. Als ob der Planet ne Umwelt hat. Komm, Versuch ist trotzdem wert. So. Gut. Dann lassen wir das mal so. Vielleicht hört der Blumenverteiler auch die Pflanze und... Puff. Gut. Ähm, wir haben... Explosiv. Im Inventar. Äh, hier. Und... Wir wollen... Mal schauen. Äh, wir haben ja hier hinten... Innenstock. Oh. Heute gibt's viel zu tun. Wir haben ja hier hinten ein... Verschlossenes Loch. Klingt irgendwie falsch. Ähm. Eine... Eine... Felswand. Oder eine Höhle. Eine Höhle. Höhle. Höhle ist gut. Die von einem... Stein verschlossen wird. So, das ist die erste. Muss ich schauen, dass ich mich nicht in die Luft sprenge. Lauft! Wir brauchen mehr. Ganz klar. Ja, ja. War ja auch eine Testsprengung. Ach, schön. So, ich glaub... Die konnten wir hier herstellen, ne? Schauen wir mal noch zwei. Oh. Was fehlt? Ah. Einmal Dünger. Und Dünger war... Schwefel, Schwefel, Iridium. Ne, Uran. Iridium. Und... Wie viel? Äh, so. Geht nicht aus dem Inventar raus. So. Gut. Feierversuch. Ich bin definitiv nicht aus Sprengmeister geboren. Aber man kann ja nicht immer alles sagen. Ja. So. Ähm. Gott. Okay. Ich möchte das eigentlich gerne hier platzieren. Ja. Ja. Ah! Perfekt. Gut. Ah! Das ist, äh... Schwieriger Moment für mich. Aber... Ich hab sie wenigstens aufgehoben. Und, äh... Mich nicht fast in die Luft gesprengt, wie das letzte Mal. So. Oh, nee. 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 Ja, halt, 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 halt. Gut, gut. Wir könnten... Wir könnten... Theoretisch... Hier. Guter Platz. Ah! Wir sind durch! Raupi ist auch schon da. Oh. Das ist enttäuschend. Wir brauchen... eine Zugangskarte. Hm. Hm. Und... Wartet mal. Hier vorne war doch auch noch so ein Eingang. Oder täusche ich mich? Nee, nee, nee. Hier. Drei braucht man sicher. Aber, ähm... Jetzt halt die Frage, ob da auch wieder... eine Zugangskarte benötigt wird. Oder nicht. Und die Frage auch hier... Was schicken wir hoch? Öh, Regen. Öh. Okay. Was können wir alles neu bauen? Den können wir bauen. Da brauchen wir eine Bienenlarve. Können wir die Bienenlarve denn... bauen, wollte ich schon sagen. Züchten. Nee, warte mal. Das war hier, ne? Könnten wir. Die Seidenraupe, die haben wir ja schon. Und... Glaubst du sonst... Was ist das? Also, wir brauchen einmal so ein Ding. Filze. Garantiert. Aber nichts leichter als das. Dann... Dann... Einmal... Düngär. Einmal... Diese. Und... Ungewöhnliche Larve brauchen wir. Da wird zum Glück... Meine Raub ist im... Im Schrank drin. Ähm... Um Mutter gehen. Spaß. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Super. Dann... Können wir das machen. Dann... Essen wir was in der Zeit. Haben wir nicht erst gerade was getrunken? Ach da eigentlich. So. Fertig sind. Können wir noch ganz kurz ernten. Sehr schön. Wieder vier Pilze. Das ist schon wichtig. So. Die... Die... Die Pilze, ne? Äh... Hier was. Und dann kommen wir nämlich auch bei der Stufe Insekten. Es ist da eine Kleingeschrieben und hier groß. Ich höre mich denn in dieser Zeit. Ah. Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Ja. Dienenlarve. Dann machen wir mal... Oh Gott. Wie klein der ist, ne? Wie ein Stock. Und der produziert Honig. Das ist cool. Aber Pflanzen 350. Insekten 15. Da müssen wir dann schauen. Ähm... Ob wir dann mehr brauchen. Jo. Okay. 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 Top. Ternia. Ternia. Was auch immer. Und... Die Frage ist... Ob wir jetzt zum Beispiel Wärme... Oder Sauerstoff... Müssten wir eigentlich schon noch weiter pushen, ne? Das ist halt... Die Frage... Die sich mir stellt. Wir haben ja jetzt... Unbegrenzt Sauerstoff. Muss man das noch erhöhen? Versteht ihr, was ich meine? Gibt's danach irgendwann vielleicht... Besteht die Möglichkeit, dass da zu viel Sauerstoff ist? Hallo? Du... Super. Was dachte mir? Was kitzelt mich da so? Ähm... Kann ich da auch bei den Raketen noch was Neues heute? Also, letztes Mal. Die ist neu... Dann... Ah... GPS-Satellit Stufe 4. Ähm... Gut. Zweimal Platine, zweimal... Ich kann da irgendwas markieren. Ja, ja. Ähm... 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 Was bist du denn für einer? Oh! Pulsar, Quarze! Gib sie mir! Oh, denken könnte man auch. Okay... Wir sind wieder im Geschäft, Leute. Oh, da unten ist alles voll. Wir kommen nicht ran, weil die alle unter den Steinen liegen. Seht ihr das? Hä? 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 Seht ihr das? Gib sie mir! Ja! Nicht trinken! Kann hier nicht in die Hocke gehen, ne? Ah! Pist! Fünf Stück haben wir schon. Noch mit. müssen wir gleich noch mal herkommen aber wir haben fünf stück das heißt wir schauen jetzt mal ganz kurz unser room level 1132 aber das wird bald vorbei gehen drei vier können wir nämlich noch mal so einsetzen so perfekt ich habe immer angst wenn so eine situation ist oder so das wetter halt so wie so ein zahnsturm dass wir dann übelst auf die fresse kriegen zwei stück sehe ich noch wir müssen wirklich warten bis die steine deswarmt sind gut nicht vergessen also wir haben das gemacht wir haben baum der pfeiler stufe 3 er pusht die pflanzen auch noch ordentlich ähm deolid bakterien probe den müssen wir gleich machen super legierung hinten haben wir auch noch vier und da müssen wir dann wieder online gehen meine freunde und ich bin mir sicher du hausend prozent ähm wo war denn das noch wo warten da ah hier ne genau komm wir haben ja einen neuen baum dazu gekriegt hier wir bauen baum ähm welches blümchen war es den haben wir glaube ich das letzte mal gemacht das das lila ne hat hier und dann eine baumrinde ich glaube die dauern ein wenig soweit ich weiß da nochmal schauen gehen da hinten das zeug ist nämlich glaube ich noch da kusch kusch weg mit euch unglaublich ja dann machen wir kurz die rakete ähm zweimal was brauchen wir denn für den den hier aluminium, magnesium, silizium aluminium cool dann zweimal platine und zweimal ne einmal turbine dann können wir nämlich auf der karte erstens rechtsklick und zweitens linksklick hinten des zeugs immer noch krass ne passiert eigentlich passiert einem was wenn man hier steht nö ok wie warum hat er doch hier hinten kuh verstehe ich jetzt nicht das äh ist äh too too much ok super ja haben wir nochmal zwei gefunden dann haben wir jetzt wir haben auch noch fünf dann haben wir sieben das ist gut das ist gut 68% das ist auch gut super legierung wollte man suchen gehen ne so zack nichts leichter als das frage ist ob das oh leute wenn man hier einen extraktor hinstellen ne zwei extraktoren einen für obsidian einen für äh super legierung müsste doch funktionieren es ist nicht nichts 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 auch nicht ist schon cool ne es knurrt das ist ja auch so eine wand zum zerstören ne ok gehen wir jetzt nach hause äh versuchen mal so einen extraktor haben wir Lust an den Fluss runter zu gehen haben jetzt zwar nicht zu viel rausgekriegt aber es ging schnell also wenn wir das weiter so äh handhaben dann äh top guti dann äh würde ich den gerne mal hier auf die Spitzen stellen wir fangen an die Wüste zu begrünen wenn es ah ja ich weiß mein Fehler ich hab vorher nicht gestaut äh ja also wir brauchen wir schauen jetzt wir brauchen noch eine Baumrinde und einmal Superlegierung so nochmal checken wir haben alles ok gut gut ach by the way Leute ich hab übrigens meine Prüfungen bestanden Ausbildung ist jetzt offiziell beendet doch warte mal hier ja geil das bis hier nach unten ist das auch eins da ja voll cool unsere base ist ja schon ziemlich grün nicht braun, grün es gibt wieder einen ordentlichen Schub an Pflanzen und Sauerstoff wenn ich mich nicht täusche Sauerstoff Pflanzen gut ich glaube nächste Folge kriegen wir es auch hin dass hier die Fische ach das sind Tonnen dachte mir schon das läuft gleich schnell das war aber schon viel früher aber das sind ja Tonnen ja so wir gehen nochmal schauen es geht immer mehr weg hier seht ihr seht ihr ha ha immer schön Drohnenstation boah jetzt geht's ab ich frage mich äh für was die Drohnen sind hat man dann so einen Drohnen Kollegen Kollegen an der Seite du bist eigentlich auch unnütz ne hier der der lohnt sich richtig ich glaube die die anderen beiden bräuchten wir eigentlich nicht für die Kleinen hier der Große der lohnt sich was ich mich noch frage durch was wurde denn der ähm ähm äh der der Pulsarquartz hat äh Meteorit ausgelöst kam der einfach so random ne wie Superlegierungs Oh Hochwertiges Essen Stimmt die haben wir ja das letzte Mal auch dazu gekriegt oh oh Leute wo kann ich das hochwertig essen hier Honig und Bohnen wir probieren das jetzt mal weil wir haben bestimmt schon einen Honig yeah Honig und Bohnen da sollten wir auch noch zwei haben ach ich meine Base kenne ach das heißt hier rein rein sag hochwertiges Essen die anderen Pakete bringen ja 40 der bringt 90 Hand sieben nein 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 die andere sind die andere die andere die andere die andere що Standard-Mod-Trialien! Gott! Okay, okay. Puh! 99, sackvoll. Das ist cool. Könnt man mal schauen, ob er... Halt! Hallo! Reicht's? Ja, reicht. Ähm... Exaktoren. Stufe 3. Oh, die sind teuer. Ein Problem für uns. Äh... Wir müssen Superlegierung ausgeben, um ein Superlegierung ranzukommen. Macht Sinn, oder? Hier haben wir nur noch. Dann, äh... Osmium... Schäbe haben wir auch genug. Und dann... Titan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bin ich gespannt, ob das... Äh... Hier müssen wir ja... Ob das funktioniert. Oh, Leute, die brauchen wir überall echt. Das ist so praktisch. Obsidian. Ja, nice. Äh... Aber... Nee, nicht hier. Bildschirm. Was können wir dann hier noch? Schwefel. Das war alles Spezielles. Komm, mach mal. Dann kann man hier Schwefel und Obsidian holen. Und Superlegierung müssen wir... Mal schauen, wo. Ja? 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 Die lasse ich jetzt absichtlich noch ein bisschen hier. Ein paar rumliegen. Ähm... Falls wir wirklich mal Masse brauchen und... Unser Extractor das nicht gerade bieten kann... Können wir immer noch da holen. Sag nicht. Okay. Okay. Aber wieso blau? Was ist da hinten? Wir müssen da trotzdem wieder hin... Wir müssen da trotzdem wieder hin. Da. Der kommt bestimmt hier runter. Da. 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 Und dann ist klar. Und dann alles in die Lava oder was? Das ist... Stop. Stop. Spiel. Du... Du... Du bringst mich um den Verstand. Sag's dir. soll einer verstehen soll einer verstehen gut macht eigentlich das kubalte noch bei mir drin ach das haben wir ja vorhin aufgelesen wir könnten eigentlich unsere extraktoren hier auch mal austauschen durch extraktoren die halt spezialisiert sind versteht ja das kann man das nächste mal machen jetzt kann man ganz ganz raus so gut hier haben wir ja den traktor jetzt die neuen platziert und den teleporter dann möchte ich hier noch ein teleporter und haben wir hier noch ein oder war das hier oder hier ist es nicht hier bestimmt nicht das ist die setze unter wasser und ist glaube ich hier und dann müssen wir noch mal hier und hier hingehen bestimmt hier ne da gab es ja auch super legierung war das war das da hinten glaube in der verlängerung vom schiff war es ja genau da ich sehe ich sehe das häuschen schon moment wieso häuschen habe ich da drin häuschen gesetzt habe ich da drin häuschen gesetzt okay so aber das ist halt auch ne ein kiste haben wir schon geplündert ne das hier ist halt auch ne ne super legierungsquelle die nicht unendlich ist und mir scheint als wäre ich hier schon gut aufräumen gegangen wahrscheinlich als ich sie gefunden habe ne so so das war's auch okie dokie hier gab es doch irgendwo ist ein bunker wir haben noch ein paar minütchen hier ne ok bevor er ganz unter wasser ist wollte ich jetzt sagen aber ja meinte zwar hier waren wir schon wir haben auf dem land wir können uns sterben wir können uns sterben der einzige der halbwegs mhm spannend dann ist es aber nicht die wo wir drin waren geht hier unter wasser ok 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 ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass wir da ähm schon drin waren schmetterlingskuppel ich bin ein wunderschöner schmetterling erkennt ihr noch das große krabbeln ich glaube die meisten von euch werden da zu jung sein gehe ich jetzt mal davon aus oh wie wie weit dieser baumverteiler geht ne krass ist noch nicht fertig Entschuldigung wollte nicht stören so ähm geringe ausbreiter aber wir haben noch zwei chips die können wir noch kurz zusammen ähm einscannen und dann Taschenlampe Stufe 3 super und wie der zeigt kein Bauplan was was ist denn das ok ach ok das kann äh auch je nach stufe abhängig sein gut zu wissen ok äh ich werde mich mal noch bisschen dran machen seltene ressourcen zu 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 also ne äh extraktoren an den verschiedenen punkten der seltenen ressourcen zu platzieren das wollte ich sagen genau ähm also grad hier aluminium ach da werde ich was machen die alten abreißen halt sowas in die richtung vermutlich nicht so viel weil zu wenig super legierung ne ok ok jetzt mal schauen sonnenquartz sonnenquartz na gut finden wir raus Leute wenn euch die folge gefallen hat lasst gerne nämlich ein abo da war eine extrem komische folge ich weiß und ähm ja würde mich sehr unterstützen und dann würde ich sagen vielen vielen dank ja bis zu schau bis zum nächsten mal macht's gut bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal